Jolina hat ihren Penis nicht beerdigt, Pap ist dafür den Spaß seines Lebens und Dennis hat einen Baumarkt-Fetisch und damit Good Morning in the Morning, Dennis. Good Morning in the Morning, Renke. Wie geht's dir? Ganz gut. Ausgeschlafen, würde ich mal sagen. Na, das ist doch sehr gut, weil... Ich hab einen Joker gezogen, deshalb senden wir jetzt auch gerade so spät, also es kommt so spät raus. Den zieh ich heute Abend tatsächlich, tatsächlich dann. Das hattest du vorher schon angekündigt, morgen kommt die Sendung, die Folge auch nochmal ein bisschen später, aber wahrscheinlich nicht ganz so spät wie heute, denn ich war gestern einfach, ich musste ins Bett. Ich hab dann noch im Bett auf dem Telefon weitergeguckt im Stream, aber bin dann irgendwann in irgendeiner Werbung dahin geschlummert und das wäre einfach zu krass gewesen. Das war jetzt mein Joker diese Woche und dann glaube ich, wenn ich jetzt morgen auch noch so gut schlafen kann wie heute Nacht, dann hab ich auf jeden Fall, und dann das Wochenende kommt, dann ist ja nächste Woche quasi Neustart für uns. Richtig. Ja, aber was war das denn gestern für so eine Folge? Ich war ein bisschen unschlüssig. So viel ist nicht passiert, trotzdem hat der RTL einfach 29 Minuten wieder überzogen. Genau, damit sind wir im Überziehungscounter jetzt nach Tag 6 bei 154 Minuten. Und ich habe ja, und ich hab das schon mal, eine Folge am Wochenende haben wir, da haben wir auch ja morgens aufgenommen. Ja. Die habe ich ja morgens auch in der, genau, Samstag, die Folge von Samstag war das, und hab ich dann Sonntag morgens gesehen und da schon gesehen, okay, alles klar, Dauer ist jetzt irgendwie 90 Minuten. Das war jetzt wieder so. Also die Nettozeit war irgendwie 92 Minuten bei RTL Plus. Das heißt, das Überziehen, weil diese 90 Minuten passen ja in die Nettozeit, passen ja eigentlich in die geplanten, theoretisch ein Dreiviertelstunde rein. Aber diese Überziehungszeit ist eigentlich nur Werbung. Und RTL direkt oder was vielleicht noch? Die 10 Minuten. Weil die geplante Sendung… Ach stimmt, das muss… Ja, richtig. Genau. Stimmt, ja, 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 tatsächlich. Dann ist 19 Minuten Werbung und 10 Minuten RTL direkt. Ja, du hast recht. Krass. Das heißt, wir sind einfach Konsumopfer geworden vom RTL. Wir werden mit Werbung gemästet. Ja, oder man schaut's halt beim RTL Plus. Ja, das ist der Trick. Dann nicht. Dann ist der Trick. Ja, aber da kriegst du ja auch Werbung angezeigt. Ja, aber nicht so viel. Aber das stimmt. Aber es ist tatsächlich… Den Verdacht hatte ich auch, weil ich saß gestern im Zug, hab was geguckt und war irgendwie fünf Minuten zu spät. Und deswegen hab ich quasi re-live gemacht. Ja. In meiner Magenta-TV-App. Oder was? Ja. Und dann dachte ich so, ja, und ich hol dann in der nächsten Werbepause einfach auf und bin dann quasi live. Aber dann musste ich nochmal unterbrechen kurz, Ticketkontrolle, irgendwas, was da netzt war. Und dann war ich irgendwie bei plus sieben oder plus acht oder so. Und ich dachte, oh Gott, ich verpasse dich. Und dann skippe ich und war immer noch in der Werbung. Krass. Krass. Das ist es, das. Ja. Ist schon ziemlich ordentlich. Ja. Ist schon ziemlich ordentlich. Vielleicht aber auch durch RTL direkt. Dann fehlt ja auch wieder ein bisschen Zeit. Ja. Die mit Werbung irgendwie, ne? Die Werbezeit muss ja eigentlich immer ausgereizt werden, so gut es geht, diese zwölf Minuten pro Stunde. Gibt es die noch? Ich dachte, die sind abgeschafft worden. Du musst quasi… Echt? Ist es abgeschafft worden? Du hast so ein Tageslimit nur noch. Ah, okay. Ja, das kann sein. So. Da bist du mehr Fernsehfachmann. Ich weiß nicht. Ich habe den letzten Audiovisuelle Verordnung oder wie dieses Ding heißt von der EU, habe ich leider nicht mehr im Kopf. Wir reichen das nach. Wir recherchieren das mal nach und in der nächsten Folge liefern wir die Information nach, wie das mit der Werbung aussieht mit dem RTL. Und vielleicht tracken wir mal, wie viel Werbung da kommt noch. So machen wir das. Dennis recherchiert das nach und trackt, wie viel Werbung kommt und dann sagen wir euch das morgen. Genau. Ich bin zwar kein Werbefachmann oder Fernsehfachmann, aber ich habe einen Fachmann dieser Sendung, möchte ich behaupten, die habe ich nämlich gesehen. Und ich kann dir sagen, das war eine Sendung, ja, viel passiert nicht, aber die hat die Story so insgesamt so ein bisschen gut vorangetrieben. Überall, was wir schon mal so ein bisschen erlebt hatten, gab es immer wieder so kleine Neuigkeiten. Jana war Teamchefin und hat irgendwie wieder zum Atmen ans Feuer eingeladen. Dabei ist dann so ein bisschen geweint worden und es gab noch die eine oder andere Geschichte und andere fanden das irgendwie, haben so ein bisschen, ja, ein bisschen sich gefragt, was ist denn hier los? Namentlich Cosimo und Gigi. Und solche Sachen sind passiert. Das war alles total, das war irgendwie so ganz langsam, plätscherte das voran. Und wir hatten, kommen wir gleich noch zu, eine wahnsinnig tolle Dschungelprüfung. Wir müssen mal über sie sprechen, ein bisschen ausführlicher, auch wenn es eine Fressensprüfung war, die ich ja eigentlich nicht so gerne mag. Und insgesamt, glaube ich, war das eine schöne, solide Sendung, die uns ein bisschen weitergebracht hat. Und jetzt musst du mir aber eine Sache verraten, Dennis. Wo kommt dieser Beef zwischen Claudia und Gigi her? Das habe ich, das war, es wirkte ja so, als wäre, ginge das schon länger so. Das habe ich nicht mitbekommen. Habe ich das irgendwie, habe ich das verdrängt? Ich habe das auch nicht mitbekommen, was da los ist. Äh, vielleicht hat halt Gigi, also das ist jetzt meine Theorie, dass hat Gigi halt sich in seinem, die sind alle nur am Lachen, Gackern, whatever. Das, das wiederholt ja immer wieder diesen Kritikpunkt in großen Anführungszeichen, dass sie eben alle zu laut seien. Äh, und vielleicht hat er das gegenüber Claudia gesagt und Claudia verbittet sich sowas einfach. Weil was sie sagt, ist ja wichtig. Grundsätzlich immer. Ja. Egal, was sie sagt, es ist immer wichtig und es muss gehört werden. Also wenn uns da was durch die Lappen gegangen sein sollte, dann meldet euch gerne bei uns, zum Beispiel bei Twitter at Dschungelpod könnt ihr das tun oder bei uns auch in Kommentaren auf Dschungelpodcast.de könnt ihr uns das schreiben. Aber irgendwie fand ich es ein bisschen, ähm, weil das wirkte ja nicht so, also dass man mal aneinander gerät, okay, aber das wirkte ja schon irgendwie so wie so ein bisschen, bisschen verhärtet. Ja. Das muss ja irgendein Vorspiel haben oder der RTL hat es nicht gezeigt, auch das ist ja eine Möglichkeit. Alternativ ist halt immer noch die Sache mit der Nachtwache, dass, äh, da es die Konfliktlinie ja liegt, ist, äh, wie lange machen Leute tatsächlich die Nachtwache und wie lange brauchen sie, um quasi von geweckt werden und Übernahme der Nachtwache? Darüber hat es... Tatsächlich, da... Tatsächlich, da hast du recht, ja. Da, da haben die mal kurz, äh, kurz miteinander drüber gesprochen und da gab es auch ein bisschen Streit, ja, kann ich mich erinnern. So. Dementsprechend ist das wahrscheinlich so eine Melange über, äh, Claudia regt sich über die jungen Leute auf. Ja, ja, weiß ich, aber, na, nicht über alle, obwohl, Verena ist Verena noch sehr jung, also kann man sie noch zu den jungen Leuten, äh, weiß man auch nicht so richtig. Verena ist doch... Die beiden verstehen sich ja nach wie vor super. Verena ist doch auch über... Also, die ist definitiv über 30. Ja, die ist 42, meine ich. Ja, das meine ich, ja, genau. Ja, aber Claudia ist ja, äh, ist ja in Lukas-Alter. Ja, aber das ist tatsächlich... Die sind ja schon über 50. Und quasi so 40, 50 Leute finden noch kulturell miteinander zu, können noch miteinander harmonieren, wenn halt die Leute, die da bei 22, 23, 24 rumlungern, die sind ja komplett woanders, kulturell auch vor allem. Ja. Ähm, 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 kommen wir mal zu jüngeren Leuten. Das war ein Claudia, ja, nach dem Motto, hm, ich hab's gehört, aber nein. Ja, will ich jetzt nicht länger drüber sprechen. Ich weiß nicht, ich glaube, das hat eher was damit zu tun. Also, ich fände nicht, ich könnte, okay, dann walzen wir es, dann walzen wir es jetzt ein bisschen aus. Ich glaube, dass gar nicht so sehr das Alter bei denen so den, den Teil durchs Camp treibt, sondern tatsächlich eher so die, die kulturellen Hintergründe. Und jetzt meine ich nicht, wie, dass, dass da hier irgendwie Cosimo... Im AfD-Sinne, ja, ja, ich weiß. Ja, ich meine jetzt nicht, ich meine jetzt nicht, dass Cosimo irgendwas zwischen Italiener und Schwabe ist, äh, und da vielleicht dann nicht so, nicht so gut harmoniert mit, mit der, ähm... Münchener Schikaria. Ja, gut, aber nee, das, das wollte ich nämlich gerade ansprechen. Das ist tatsächlich ein Punkt, ne? Also, ich glaube, das, die Welt, in der man lebt und diese, diese Schikaria-Ding und so, das ist halt, das ist halt einfach eine ganz, eine ganz andere, ja. Und auch die Welt, in der Jamila Rube lebt, ist eine ganz andere. Und zwar einfach nur kulturell und die Menschen, die, die sie umgeben und sowas und, und die Art und Weise, das eigene Leben zu führen, ist komplett anders. Und ich glaube, das ist eher das, was da Unverständnis macht, als, äh, als das Alter. Das kann gut sein, aber im Zweifel verbindet das ja auch tatsächlich. Also, es ist eine Folge des Alters, dass es natürlich eine andere Kultur, also andere Realität gibt der Welt, Punkt. Ja, ich weiß nicht, also, wenn du so mal Spielerfrau vom FC Bayern warst. Ja, natürlich. Ich glaube, das prägt schon, das, ähm, prägt schon mehr als, ähm, ja, egal. Jetzt haben wir es auch doch nur angerissen, ist auch besser so, was ich aber sagen wollte eigentlich, so wie die Punkte, die ich kommen wollte und ich wusste nicht, wie jung ist sie eigentlich ganz genau? Äh, wie lange, äh, wie alt ist Julina? Mennen? Alter? Weiß man nicht. Ich hab's aufgeschrieben. Wir haben, wir haben, es gibt ein Dokument, wo du nachgucken könntest, da steht, dass es das Alter ist. Ah, da müsste ich ja wieder, da müsste ich ja wieder rein. Also, 30 Jahre ist sie alt und, ähm, da muss ich mal ehrlich sagen, ich find, die gewinnt in den letzten Tagen immer mehr. Oh, ja. Äh, die ist total, total, die ist vor allen Dingen nicht nur freundlich, nett sind sie alle, aber die ist total korrekt, hab ich den Eindruck. Und das find ich sehr angenehm. Korrekt meinst du aber im Sinne nicht eines, eines rechtlichen Sinnes, im Sinne des Buchstaben des Gesetzes folgend, sondern einfach stabil. Ja, also korrekt meine ich in dem Sinne von, also die ist halt, die ist freundlich, ja, die sagt aber auch irgendwie ihre Meinung und, aber ist halt überhaupt nicht hinterhältig oder durchtrieben oder gemein oder so. Sondern die ist einfach allen gegenüber irgendwie korrekt. Und wenn sie mal irgendwas sagt, was dann vielleicht nicht so korrekt ist oder was man vielleicht irgendwie schlechter aufnimmt, dann macht sie so kleine Disclaimer davor oder so. Aber es ist halt jetzt in großen Anführungszeichen die einzig normale Person in diesem Camp, so ein bisschen. Naja, das, hm, man hat gar nicht drüber nachgedacht, das kann gut sein. Also, obwohl. Ne, nein, 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 das stimmt nicht. Lukas Cordalis. Ja, ne, wir haben, also wenn wir jetzt eins mitbekommen haben in der letzten Sendung von Lukas Cordalis, leider haben wir jetzt zu viel von Lukas Cordalis mitbekommen, ist, dass der ein Sexmonster ist, scheinbar. Ach, nee, fest. Ich weiß nicht, ob man so weit gehen kann. Also, scheinbar, wie viel Druck der auf der Latte haben muss, dass der anfängt, Leute willkürlich anzusprechen. Also, hier, so langsam könnte ich. Ja, das war, ja, also, ich finde aber, das hat mich auch gewundert, aber eher, weil das so random war und man das nicht von ihm erwartet hat. Wenn das jetzt einfach ein anderer gemacht hätte, der jetzt nicht so almanhaft darüber gekommen wäre vorher, wäre man, glaube ich, nicht so arg entsetzt gewesen. Ja, okay. Deshalb möchte ich, also, ich glaube, wir sind einfach, unsere Erwartungshaltung, die wir an den Tag gelegt haben, ist halt so stark, ja, enttäuscht worden, weiß nicht, wie kann man das sagen, aber die ist nicht erfüllt worden, unsere Erwartung, und deshalb nimmt uns das, glaube ich, mehr mit, als uns das sozusagen, wenn wir so eine 0815-Person gehabt hätten, weil der ist halt einfach, muss man schon sagen, viel kartoffeliger geht's halt nicht. Ja, das stimmt. Nichtsdestotrotz, zurück zu Julina, weil, das ist wichtig, so sehr ich jetzt sage, dass sie normal ist, sie ist sehr besonders und sie kann das, ihre Transition, kann sie als sehr gut erklären, ist sehr gut einfach darin, die Inhalte zu transportieren und selbst auch wirklich so sehr, sehr widerwärtige Fragen nach ihrem vorigen Namen oder nach ihrem Deadname von Jana, von der einzigen Person, wo ich es tatsächlich erwartet habe, dass das da kommt, weil es ist halt diese ESO-Ecke und das ist halt ein Schritt, bist du halt bei ESO, dann erst Zuckerwürfelchen, irgendwann müsste es mal hier so nordischer Medizin und am Ende bist du halt tief im rechten Morast. Das ist ja eine Einstiegste, oder? Ja, ich weiß, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich, also ja, natürlich, das war, aber ich habe das eher als Fettnapf wahrgenommen. Ich habe das, ich unterstelle ihr da absolut keine Bösartigkeit, das halte ich, das halte ich für übertrieben. Das ist Fettnapf, sie hat, Jonina hat wahnsinnig souverän reagiert und hat gesagt, warum das auch problematisch sein kann und bei ihr ist es jetzt nicht so schlimm, hat sie gesagt, aber hier, Obacht, Vorsicht, das ist so die Antwort, die man, finde ich, geben sollte und ich finde, das ist tatsächlich eine Fettnapf-Frage, weil wenn, verstehst du, wenn sie damit hätte verletzen wollen oder so, ja, dann wäre das, glaube ich, anders passiert. Das war ja in so einer ganz generellen Situation, ach, wir fragen jetzt mal, Jolina und sie hat, glaube ich, an einer Stelle auch mal gesagt, ach, ihr dürft alles fragen, was ihr wollt, so und ich glaube, sie wusste es einfach nicht besser und man muss echt, man muss echt aufpassen, nicht immer sofort zu doll draufzudreschen, wenn es jemand einfach nicht besser weiß. Es kann nämlich dazu führen, dass man so Leute reflexhaft, nämlich Menschen in die Arme spielt, die nämlich tatsächlich verletzen wollen und die sich dann die einzigen sind, die sich um so Fettnäpfchen-Menschen kümmern und sagen, siehst du, dich haben sie nämlich auch beschissen und angeschissen, weil du, und du weißt bis heute nicht, was du falsch gemacht hast. Wäre ich vorsichtig, so ganz generell gesellschaftlich und in diesem Punkt, glaube ich, war das einfach nur, war das einfach dumm. Ich weiß es nicht, also es wirkte danach nicht reflektiert und vor allem die andere Person, die da so ein Fettnäpfchen getreten ist, wo ich tatsächlich auf komplette Ahnungslosigkeit und Unbeholfenheit reflektiere, ist die Frage nach ihrem Penis und, oder was mal passiert ist, von Gigi. So, das war einfach nur eine Mischung aus kindlicher Neugier, keine Ahnung und einfach Unbedarftheit. Ja. Und da aber, da hat man natürlich gemerkt, oh, der hat dann verstanden, worum es geht und das geht und erwartet hat total, bei Jana, also vielleicht kann man aus ihrem Gesicht nichts lesen, aber ich habe eigentlich erwartet, dass sie das besser weiß. Weil sie sich so in, so, also das sollte sie wissen tatsächlich, glaube ich. Also sie muss ja, so, deswegen. Egal. Aber ich bin mit Jana, habe ich jetzt so langsam auch eigentlich nicht abgebrochen. Genau, jetzt reden wir schon wieder über Jana, das wollten wir eigentlich gar nicht. Wir wollten einfach nur sagen, dass Jolina sehr korrekt und das sehr souverän macht insgesamt. Ob das am Ende reicht, ich hoffe es. Da muss irgendwie, da weiß ich nicht, da muss ein bisschen mehr passieren noch. Aber das ist schon mal ein guter Ansatz, auf den man aufbauen kann. Wohingegen ich leicht Zurückrudertendenzen an den Tag legen muss bei Tessa, die ja bisher meine Favoritin war, und sagen muss, ja, möglicherweise mag die kontrolliert dieses Medienspiel irgendwie mitspielen und auch genau wissen, dass wenn sie jetzt keinen Bock hat auf das Interview und einfach wegrennt, dass sie da natürlich auch Aufmerksamkeit kreiert und das dann gut ausnutzt. Aber die wirkt zunehmend unsouverän, weil ich glaube, ihr auch so ein bisschen die Umstände zu schaffen machen, das wenige Essen und so weiter und der ganze Terror da im Camp und Stress und diese ganzen Streitereien, das ist, glaube ich, das macht sie unsouverän. Und das muss sie abstellen, wenn sie noch länger irgendwie vorne mit dabei sein sollte. Sie hat ja auch gesehen, sie hat nicht mal ein Vielleicht bekommen jetzt in der nächsten Dschungelprüfung, ist also erstmal abgemeldet. Die muss sich jetzt mal irgendwie zusammenreißen, neu erfinden, was auch immer, irgendwie den nächsten Schritt gehen, damit da noch irgendwie begründet Hoffnung besteht für sie. Ja, aber ich bin halt kein Fan deiner Theorie gewesen, schon von Anfang an, dass das kontrolliert oder, also nicht gespielt, das ist das falsche Wort, aber dass sie einen Gameplan hat, also einen Spielplan, wie sie das angehen. Ich glaube, das gab es tatsächlich nicht. Ich vermute, das hat sich bei Verena, weil, warum ich jetzt gerade, ich will nicht sagen, dass ich im Team Tessa bin, aber diese unheilige Allianz zwischen Claudia und Verena. Ja. Die sorgt halt dafür, dass ich Mitleid mit Tessa habe. Ja. Obwohl ich sie… Sie haben dich ins Team Tessa gemobbt. Das stimmt, das haben sie einfach, weil Tessa wird für Dinge angegangen, also auch diese Diskussion mit dem Hals und das Zugelaufen ist, da hat Tessa erklärt, naja, es gibt halt schon Unterschiede, weil Leute reagieren auf Essen halt anders. Die hat dummerweise nie das Wort allergisch genannt, das hätte jetzt nochmal die Erklärung besser gemacht, aber Verena hat da trotzdem drauf rumgeritten, nach dem Motto. Und dasselbe ist auch dieses von Claudia, wo dann auch Lukas sein hässliches Gesicht gezeigt hat und so, dass die ja alles immer ständig aussprechen würden. Die reden ja über alles. Die tun das und sagen das dann sofort auch an oder so ein Bullshit. Und ich denke mir so, naja, es ist halt einfach ein Generationending, dass wir gelernt haben, dass Kommunikation ist Kink, dass man einfach Dinge, dass man verbal oder dass man miteinander redet, kommuniziert und es verändert an Missverständen. Und das sagt ja auch Tessa immer die ganze Zeit, lass mal das jetzt direkt klären, dass das nicht unterschwellig irgendwie läuft und man dann irgendwie Dinge falsch interpretiert, sondern lass uns mal jetzt gerade jetzt bitte klären. Und darauf reagieren die richtig abgekotzt, weil was Verena und Claire quasi die letzten Jahrzehnte gemacht haben, ist ja, man hat sich einen Streit bekommen und redet einfach wochenlang nicht. Das ist deren Art, mit so Dingen umzugehen und das macht Tessa einfach nicht. Ja, das ist aber auch, was ich an der so gut finde, weil ich das nämlich auch immer mache. Ich hasse das. Ja, ich hasse das. Wenn man sich irgendwie streitet oder missverstanden hat, dann einfach irgendwie erstmal abzudampfen und erstmal irgendwie zwei Tage zu schmollen oder so. Ich finde es so grässlich. Man kann immer noch schmollen und man kann auch mal angefressen sein, aber erstmal kurz die Sache aus dem Weg räumen. Und das Einzige, was Tessa da wieder unsympathisch macht, ist, dass sie halt dabei so aggressiv wirkt. Aber ich glaube, das ist halt so eine Überreaktion, weil sie halt das nicht so leicht abkann, wenn man ihr so ein bisschen an den Karren fährt. Das ist so, dann kommt so eine, ich sag mal so eine Abwehrreaktion und die muss sie dann erstmal wieder versuchen, intellektuell einzufangen in was Produktives. Und was bei den anderen dann nicht mehr ankommt, ist das Produktive, sondern nur noch dieser Abwehrkampf und dieser Schlag ins Gesicht oder so. Und das wird dann überbewertet. Plus natürlich die Sachen, die du gerade schon erwähnt hast, da haben die einfach gar keinen Bock drauf. Die wollen, dass man jetzt die Klappe hält. Ist jetzt gut, lass mich in Ruhe, bist ein Arschloch, fick dich. Ja, und das sorgt dann halt dafür Dinge, dass dann Leute wie sechs Jahre miteinander nicht reden. So, schöne Grüße an Claudia. Also es ist halt, deswegen bin ich in dem Punkt einfach ein Team Tessa, weil ich verstehe, Strategie, um mit Konflikten umzugehen, ist mir auch deutlich näher. Also wobei auch ich nahe dazu, gerne mal erstmal abzukappeln, um erstmal selber zu verarbeiten. Aber ja, ich verstehe, was sie machen möchte. Und ich verstehe. Aber das ist halt Verena und klar, einfach null empfänglich. Und das ist halt doof. Und daran entbrennt sich das. Und deswegen bin ich tatsächlich von den beiden ins Team Tessa gemobbt worden. Aber ich sehe sie trotzdem nicht weiter vorne an den drei. Habe ich sie noch nie gesehen, werde ich sie auch nie. Dafür ist sie einfach viel zu nervig. Das mit dem Veganer tun wird noch irgendwie dreimal vorkommen. Und die Leute kotzt das an, mich kotzt das an. Alle kotzt das an deswegen. Sie fliegt irgendwann auf Platz, sie kommt auf Platz sechs. Das ist jetzt so meine Wille-Theorie. Wer ist eigentlich der größere Dumpfdunsel? Gigi oder... Oder hier, Lukas hätte ich fast gesagt. Den meine ich doch gar nicht. Gigi oder Cosimo? Also wer von den beiden ist eigentlich tatsächlich dümmer? Das frage ich mich ganz oft. Ich weiß nicht, ob man das in diesen Kategorien bei den beiden sagen kann. Ich glaube, Cosimo, da steckt mehr dahinter. Man hat immer das Gefühl, der könnte sein Potenzial nutzen, das er hat. Der hatte auch schon mal so einen gewissen Humor. Und auch als er irgendwie in der Verkündung, während die Prüfung muss, plötzlich komplett ins Schwäbische gewechselt hat. Komplett einfach durchgezogen hat. Und auch wenn man ihm in seinen Gesprächen zuhört, was er so ein bisschen über sein Leben reflektiert, unter die verpassten Chancen, ich glaube, der hätte was tatsächlich gemacht. Aber der war einfach, hatte die falschen Momente, falsche Leute. War einfach faul im Zweifel. Hat vielleicht Dinge nicht ergriffen. Ja, auch ein bisschen das mit dem Deutsch als zweite Sprache. Das ist ja auch nicht so einfach. Und ich glaube, Cosimo ist nicht dumm. Ich glaube, der hat sich nur so ein bisschen in diese Rolle, und dieses Klischee einfach so ein bisschen gerettet, weil das am zuverlässigsten bisher funktioniert hat. Da hat natürlich das deutsche Bildungssystem versagt, Dennis. Das müssen wir hier feststellen. Ja, und tatsächlich neige ich auch fast ein bisschen dazu, weil bei Gigi kommt halt ziemlich häufig, also ... Ich glaube, der ist nicht dumm, der ist einfach nur furchtbar, furchtbar ahnungslos von der Realität. Ja, alleine LG Gigi-Kisi-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki. Er weiß es, er weiß es, aber er hat einfach bisher nicht die mentale Energie aufgebracht, sich das einfach zu merken oder nachzuschauen. Genau, oder einfach mal anzuschauen, welche Buchstaben sind das in welcher Reihenfolge. Aha. Und was heißt das überhaupt? es ist so, er macht den er macht so den halben Effort so, aber dann nicht mal den halben, er geht so einen halben Schritt und merkt, ach nee, passt schon es ist so eine intellektuelle Faulheit glaube ich, ist einfach auch nicht dumm, glaube ich einfach nur faul einfach wirklich intellektuell faul und vielleicht auch insgesamt faul dein Penis dann beerdigt ja, oder auch wo er dann sagt so es kommt mir so vor, als müsste ich arbeiten wie damals, als es am Lagerfeuer gesagt hat oder so der Junge ist einfach furchtbar, furchtbar faul so, kommen wir jetzt mal bitte zu dem absoluten Folgenhighlight und das war die Dschungelprüfung es gab Lieferungen von FUIDORA ein etwas schwieriger Wortwitz, weil FUIDORA gibt es seit wie vielen Jahren schon mehr als Lieferdienst, ja schon 3, 4 Jahre, 3, 2 Jahre ja, beim RTL weißt du schon, die hängen noch ein bisschen hinterher und keine Ahnung gibt es denn, warte mal FUIDORA, gibt es das noch in anderen Ländern gibt es das noch oder ist das komplett gekauft und die Marke gekillt worden ich glaube, es ist jetzt alles eat away, also quasi Lieferando aber es gibt FUIDORA.com noch und ich sehe gerade in Finnland scheinen sie Schweden, Norwegen, Finnland Dänemark da scheinen sie FUIDORA noch zu benutzen als Marke okay aber es ist alles Lieferando der Konzern genau, es gehört alles zu hier take away zu diesem Delivery Hero ja ähm ja das Wortspiel kommt ein bisschen kommt ein bisschen spät aber ansonsten war alles großartig daran also es gab es gab ja die es war eine Fressensprüfung aber es gab sechs Gerichte es gab drei Kandidatinnen und mindestens und alle alle wurden in ihre einen kleinen Reihenhäuser gesetzt mit Klingeln die unterschiedlich waren das ganze Set war großartig Matt hat das Essen rausgegeben Papis durfte den den Lieferboy spielen und mit einem mit einem so einem Dreirad einem großen das Essen vorbeibringen in dem haben sie eine Warnweste oder so eine Warnjacke so eine gelbe gegeben und einen Fahrradhelm es sah einfach alles wahnsinnig gut aus ja man hat immer das Gefühl bei den Essensprüfungen bei RTL die sind halt ja okay hol mal ein paar Fischabfälle so was bisschen ekliges und dann setzen wir die an ein paar Tische und gut ist das war aber sehr liebevoll gemacht einfach komplett bis ins Detail liebevoll gemacht Papis ist in seiner Rolle absolut aufgegangen zu sehr erst hat er nochmal diesen Walk gemacht ja zu dem um den sie eben gebeten haben was einfach diese diese Mimik ja dieses Gesichtsspiel des Models verschmolzen mit dieser grellgelben Jacke und dem Fahrradhelm es war köstlich es war wirklich hervorragend und dann hat Papis einfach auch ein bisschen mal von von der wirklich unterhaltsamen Seite gezeigt möchte ich sagen er hat angefangen also erstmal durfte sich ja überlegen wem liefert er das Essen jetzt aus und dann hat er Tessa erstmal irgendwas vom Tier gegeben und dann hat sie gesagt der esse ich nicht ist vom Tier ja und dann und dann hat er gesagt ich glaube was also du hast hier aufgeschrieben ähm dass er gesagt hätte das war seine Bestrafung ich hab eher ich hab verstanden dass er das so meinte wie na nee das äh das war jetzt mal um zu zeigen dass man sich auch mal anstrengen muss das war eine nicht eine Bestrafung sondern ja so eine so eine Aufgabe keine Ahnung ja aber das hatte ich so auf Twitter geschrieben dass bei ihm der Model Coach rauskam und das eine sehr ein sehr autoritärer Charakter war plötzlich also das ist das Problem es gibt manchen Leuten sobald du denen halt so Macht gibst und eine Warnweste da kommt eine sehr hässliche Fratze raus und diese weiten Papis absolut aber sehr unterhaltsam dabei ich finde das einfach wirklich gut er hat diese er hat sich echt überlegt wie kann ich diese Rolle jetzt ausfüllen ja und hat auch so ein bisschen die Sachen die Sachen dann halt ihm vorbeigebracht auch sich überlegt wo kommt das hin und so weiter und hat auch hat so ein paar ganz tolle Sachen gesagt warte mal irgendwas hatte ich mir noch notiert wo ist es denn hin war eine Bestrafung ach genau und dann hat er Tessa nochmal dann gab es eine vegane Runde gab es mit fermentierten Sojabohnen und fermentiertem Tofu und alles so richtig schlimm stinkig und eklig genau wobei man sagen muss das sind alles in anderen Ländern halt auch ich will nicht sagen Delikatessen aber normale Lebensmittel so fermentierte Sojabohnen benutzt man ja alleine schon um irgendwelche Chili Soßen und so damit anzureichern und herzustellen und es gibt ja auch so fermentierte Bohnenpaste und sowas zum Würzen das ist jetzt nicht ganzen Tag fermentiertes Zeug Durian ist auch eigentlich eine leckere Frucht ja das ist nur der Geruch tatsächlich wohl der hat sich da killt aber da kann man sich gewöhnen wohl ja genau das ist so ein acquired taste wie der Amerikaner sagen würde und er liefert ihr das aus und sagt so jetzt musst du es aber essen sei kein Babykind jetzt hervorragend ein ganz toller Satz aber sie hat es dann sofort durchgezogen also es war also man hat gemerkt es ist einfach ekel Geruch unbekannt aber sie hat es einfach durchgezogen und dann war es auch drin und ich fand es auch sehr schön wie es ausgegangen ist mit sechs Sternen also drei Gerichte wurden gegessen wie war das jetzt nochmal ich glaube Claudia hat eins geschafft Verena hat auch eins geschafft ne Claudia hat nichts geschafft Claudia hat hat nichts geschafft hat glaube ich ein Gericht bekommen und hat das mehr oder weniger direkt wieder ausgespuckt wichtig für die für die Gruppe war und ein bisschen schade für die Zuschauer dass Tessa eins geschafft hat denn wenn sie es nicht geschafft hätte hätte Claudia glaube ich gerne und Claudia hätte eins geschafft hätte Claudia glaube ich gerne auf ihr rumgehakt das hat mir ja spekuliert glaube ich in der letzten Sendung was passieren könnte das ist nicht passiert abgelust hat das natürlich Claudia Verena hat ja zwei Gerichte geschafft Tessa eins und Claudia hat keins und es hätte eins mehr werden können hätte halt nicht Papis diese Nummer abgezogen mit dem nicht veganen Essen ähm und vielleicht halt war es nur ein veganes oder gab es zwei vegane ich meine es gab nur ein veganes bei dem letzten waren auch nochmal wieder fermentierte Sojabohnen dabei aber da waren auch glaube ich irgendwas vom Tier ja okay also ich glaube man hat aber man hat schon gesehen der RTL hat explizit versucht da was veganes reinzuliefern dass Tessa was macht tatsächlich ja das glaube ich auch weil ich glaube wir hatten noch nie rein veganes Fressen weil sonst immer war immer noch klar fermentiertes Gedöns aber da waren immer noch was ekliges vom Tier mit drin und vor allem auch die Regel dass eben Papis das aussuchen durfte das heißt er konnte ja steuern er hätte ja sagen können okay ne ätherische Produkte bringe ich nicht zu der Tür das hat überhaupt keinen Sinn ja ähm das war sicher auch letztendlich auch eine Reaktion Reaktion darauf und ich dachte tatsächlich am Ende gäbe es gäbe es deswegen noch einen Konflikt dass das Papis abgezogen hat aber es fand doch nicht mehr statt ne einen Konflikt gab es irgendwie weil er zu Tessa gesagt hat jetzt nicht kotzen das ist gut für dich und da hat sie halt wieder klassischiges Missverständnis sie dachte es geht um Bulimie und überhaupt und bla und fu und dann haben sie sich irgendwann auch mal ausgeredet nachdem sie sich irgendwie einfach vier Minuten lang aneinander vorbeigeredet haben und irgendwann haben sie sich dann verstanden worum es den beiden jetzt hier geht und dann war die Sache aus der Welt tatsächlich ne ja aber es hat gedauert er ist abgedampft er ist erst abgedampft ne das darf man nicht vergessen und Claudia und Verena haben noch die ganze Zeit haben weiter so getan ähm als wäre das ja total schlimm dass man da jetzt noch die ganze Zeit drüber reden muss ja das ist dieses oh Gott ah dieses dieses ah diese 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 Boomer-Generation die sofort alles unter den Teppich kehren möchte boah ich möchte noch mal kurz äh möchte ich nicht unerwähnt lassen dass ein weiterer es gibt so ein Mosaik-Scheinchen das sich ganz toll hinzufügt in das Bild das du gezeichnet hast von Verena die tatsächlich einen Plan hat und das ist dass sie sich halt bei den Essensprüfungen bei der Essensprüfung jetzt auch nochmal sehr zusammengerissen hat ja sie wollte gern in die Prüfung sie hat eine Essensprüfung bekommen und sie weiß ganz genau Dschungelkönigin oder Dschungelkönig wird nur wer frisst ja das ist schon immer so gewesen ja definitiv das in die nächste Prüfung gehen tatsächlich Lukas und Claudia da bin ich mal gespannt wie auch immer Lukas das geschafft hat der war einfach eklig ich glaube das ist so oder es ist jetzt quasi es hat stattgefunden der gemeine RTL Zuschauer hat mitbekommen oh der ist auch noch da Mist ja aber ist das also ja das war halt so ein bisschen creepy alles aber ich aber das macht ihn doch jetzt nicht interessanter oder ich denke doch jetzt nicht irgendwie ja du sollst in eine Prüfung weil du ein Creep warst da sitzen auch da saßen schon ganz andere Creeps irgendwie rum und das macht ihn jetzt für mich nicht interessanter also ich muss ihn jetzt nicht sehen ich glaube vielleicht ist es auch eine Verzweiflungstatt nachdem man quasi so ein bisschen bei den bei den wo man dachte so die Nerven denn die durchgespielt hat Tessa hat mehr oder weniger abgeliefert Jana hat mehr oder weniger abgeliefert beide stabil so dass dann die zwei richtig gut nicht richtig gut abgeliefert nicht aber halt nicht dass man sie quasi wieder quasi dann ergötzen kann wie sie immer dran scheitern sie sind halt nicht gescheitert so und ich glaube das ist eine Verzweiflungstat vom gemeinem RTL Zuschauer der hofft jetzt dass wenigstens weiß ich nicht Claudia und Lukas der probiert jetzt aus wer verzweifelt die wollen ich glaube es ist so ein es ist eine morbide Lust von Leuten die an diesen Prüfungen scheitern dass das da auch für das Prüfungsabo sorgt und das haben weder Jana noch Tessa bisher erfüllt und Verena jetzt auch nicht weil sie gefressen hat und die Frage ist aber gibt es in dem Camp überhaupt jemanden der so krass scheitern würde also jetzt so krass scheitern würde wie zum Beispiel Georgina gescheitert ist ich glaube tatsächlich nicht und deswegen sehen wir da zum ersten Mal kein Prüfungsabo mehr sondern es wird jetzt durchrotiert ich glaube im Zweifel das ist jetzt eine ja mit diesem auch wieder mit irgendwelchen Tunneln und Gängen und whatever das kann man da werden die sicher irgendwie zwischen vier und sechs Sterne holen das ist halt ein bisschen lahmarschig wie immer das ist meine Prognose ein bisschen viel Geschrei ein bisschen viel Gebrüll aber sie werden halt nicht scheitern und dann bin ich mal gespannt wie die Verzweiflungstat weitergeht ich glaube den nächsten wird es dann Cosimo treffen weil er zu laut gesagt hat dass er es nicht möchte das kann sehr gut sein das kann tatsächlich sehr gut sein daher aber Cosimo war ja auch schon mal das stimmt und da hat auch jetzt der war aber lustig dabei der ist ja nicht also klar er hat sich gefressen aber er war dazu halt so lustig ich glaube es ist tatsächlich die mobile Lust daran nee nee ich meine nicht am Anfang bei der Fressensprüfung sondern er war doch mit Tessa in dieser Buchstabierprüfung oh ja stimmt das hat er auch da sind sie nicht krachend gescheitert aber ja gut war es nicht genau die Frage also ja also und dann wenn man sich wenn man jetzt mal drüber nachdenkt Jamila könnte vielleicht eine Person sein die krachend scheitert aber da würde man jetzt das wäre jetzt auch nicht unterhaltsam glaube ich nee ich glaube wir unterschätzen Jamila tatsächlich wir wissen ja dass sie Bohren schrauben und so kann und das ist ziemlich gut ich habe das innerste weißt du warum ich jetzt richtig Bock hätte einen TAF-Beitrag mit ihr zu machen im im Baumarkt in Berlin-Marzahn und zwar ist es der der Hornbach der hat zwei Gänge gut sortierte Schrauben wo du Schrauben auf Stück und Kilogramm zahlen kaufen kannst boah hätte ich Bock mit ihr einfach die zwei Gänge zu erkunden ich habe gestern ich habe gestern schon gedacht schade dass es keine internationale große Baumarkt die auch in Deutschland sowohl in Deutschland als auch in Australien tätig ist damit man nach dem Auszug Jamila eben nicht zu McDonalds bringen kann oder so sondern eben in den Baumarkt vielleicht machen sie es ja aber trotzdem und die warten dann irgendwie mit einer McDonalds Tüte vor der Tür wo ist eigentlich die Pickup-Werbung Dennis? die gibt es diesmal nicht wir haben wir haben ich hatte das mal kurz verlinkt wir überziehen es schon knallhart aber hey RTL Werbetechnik Werbetechnik das ist halt Kümmerling die jetzt wieder dabei sind und wo sie irgendwie berichtet haben dass nachdem sie quasi letztes Mal dabei waren hatten die irgendwie so 50% Umsatz plus danach holy shit ja da würde ich mir auch in der Marketingabteilung sagen werf da bitte nochmal Geld drauf ist das ist das irgendwie der Lukas unter den Getränken wo die Leute wissen ja oh das gibt es ja auch noch lass mal Kümmerling saufen wieder also man muss schon sagen ich hab das also ich mag so Kräuterschnäpse Liköre und so eigentlich ab und zu mal aber es ist nichts was ich mir kaufen würde ja und es kann schon sein dass ich dadurch auch irgendwie in die Richtung gedrängt würde mir sowas mal eine Flasche Kümmerling zu kaufen oder so ja ich wollte eigentlich nur sagen es ist schade weil wir eigentlich in der Vorbesprechung vor dieser Staffel schon gesagt haben dass wir eigentlich unsere Hörerinnen und Hörer versuchen wollen dahin zu agitieren dass die Leibniz zuscheißen mit E-Mails und Kommentaren dass die hier mal ein Placement starten und wir zumindest mal irgendwie weiß ich nicht einen 50 Euro Einkaufsgutschein für das Balsen Outlet kriegen ja ist nicht passiert ja das stimmt können wir also können wir jetzt versuchen aber was hat Balsen mit dem Dschungel zu tun wenn die allerdings Kümmerling schreiben na gut ich würde es nehmen ich würde es nehmen ich würde es nehmen wir werden auch definitiv weil du gerade McDonalds sagst tatsächlich das ist auch schon angekündigt McDonalds hat definitiv einmal das gekauft dass ein Kandidat durch die McDonalds gejagt wird da könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben wer der Opfer wer quasi keine Persönlichkeit hat und der RTL dann verzweifelt den auf McDonalds wirft Markus so in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören wenn ihr uns unterstützen wollt folgt uns auf Twitter atjungelpod gebt gerne weiterhin Sterne vielen Dank bisher für alle die es schon getan hat auf Apple Podcast und auf Spotify vielen vielen Dank wer noch weiter gehen möchte und ein paar Pfennig oder Marc uns geben möchte findet alle Informationen dazu auf dschungelpodcast.de slash unterstützen da gibt es auch zum Beispiel einen Girocode mit eurer Sparkassen App und könnt uns dann direkt Geld überweisen wenn ihr möchtet wollte ich noch was sagen ich wollte irgendwas noch sagen ich hab's vergessen egal achso genau ja oder empfehlt uns einfach mal weiter sagt doch mal Bescheid dass es sowas gibt hier und allen Mithörenden oder Mitschauenden in eurer in eurer mehreren Umgebung dass uns das gebabbelt Dankeschön Dennis das kannst du wieder wie immer professioneller ausgedruckt als ich und dann hören wir uns morgen nicht ganz so spät wie heute ein bisschen eher aber dennoch keine also jetzt leider nichts für morgen früh zur Arbeit fahren das kriegt Dennis nicht hin und ja aber Dennis ist schuld ich weiß nicht unsere Leute zuhören die machen eh immer eine vier Tage Woche die machen morgen eh alle frei warum machen die eine vier Tage Woche Dennis nur weil wir nur weil der Hörerinnenanteil so viel größer ist als der Höreranteil und du vermutest dass all diese Frauen in Teilzeit tätig sind nein nein ich glaube nicht dass sie einen Teilzeit nicht sehen sondern dass sie einfach eine bessere Work-Life-Balance haben wie toxische Männer gute Hausfrauen gute Hausfrauen 28 Stunden beschäftigt aha bis dann tschüss tschüss tschüss